hallo und willkommen zu naja der neuen minecraft welt naja ich muss euch da mal was sagen nämlich die alte welt also mir ist mein ganzes minecraft irgendwie weiß ich abgeschissen oder weiß ich was und deswegen also es war noch die ganzen welten und alles war weg und das ist ja nun nicht so super toll aber wir fangen halt neu noch mal an irgendwie aber naja ich hoffe ich verzeihe mir dass das die welt weg ist also ich finde es nicht lustig ich habe auch die ganze zeit gesucht naja aber was soll ich denn machen die welt war komplett futsch also war alles also war gar keine welt mehr da also alle waren weg auch die die ich so nur so zwischendurch mal gespielt habe wenn das platz play von minecraft mal nicht gelaufen ist und tja finde ich halt ein bisschen scheiße dass sie weg ist und so aber ihr habt ja noch die alten folgen wo die welt noch zu sehen ist und so tja was könnte ich jetzt noch darüber sagen naja anderes thema thema musik naja es gibt ja hier dieses neue land im style also das ist habe ich ja für mich die anderen wenn ich so andere videos so auf youtube gucke ich nenne nachher den namen jetzt wenn ich dann so andere videos mal auf youtube so zwischendurch mal guck denn lese ich da meistens als kommentar magandam style also das ist jetzt das jetzt wohl neu dass jetzt jeder als kommentar also einer jedenfalls immer im video kann am style schreibt einer schreibt kann am style und er kriegt sauviele daumen hoch für seinen kommentar finde ich eigentlich ganz das lied ist eigentlich ganz cool also es ist cool nicht eigentlich aber naja so als kommentar in irgendwelchen alten ja was heißt alten videos die schon vor drei jahren hochgeladen worden sind da wird dann drauf gegangen dann wird erstmal ganz angeschrieben und dann freuen sich alle finde ich komisch aber naja wem es gefällt ne also ich hab's jetzt bis jetzt in meinen kommentaren noch nicht erlebt dass da ganz am style steht aber naja tja und jetzt müssen wir hier neu anfangen und dafür sammle ich jetzt schon mal ordentlich holz und ich habe ja schon was gesichtet da hinten ist normales land was ich eigentlich von der ersten welt anhaben wollte da müssen wir uns halt bäume suchen aber macht ja natürlich nicht hier müssen wir nun gucken ob die bäume sind weil ich glaube ich habe große biome angeschaltet glaube ich weiß ich gar nicht gar nicht darauf geachtet naja aber ihr habt ja gesehen ich habe mit Bonustruhe jetzt gestartet naja um ein bisschen hier so naja ein bisschen was Neues einzubringen irgendwie in eine Höhle will ich nicht nochmal machen ich habe jetzt eigentlich vor im Wald irgendwie was zu machen aber ich will nicht in den Schnee und ich zocke jetzt gerade auf Peaceful immer noch der Schutzmodus den vielleicht manche kennen und naja hier ist nicht ein bisschen normaler Wald was ich eigentlich sehr scheiße finde aber ich glaube ich habe was gefunden oh ja oh 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 sehr schön man sieht die Spalte sogar hier auf der Karte so ein grauer Streifen hier ah naja dann gehen wir halt hier so Waldrand gehen wir halt Waldrand das wird uns jetzt kein Zacken aus der Krone brechen hoffe ich und ja dann gehen wir hier Waldrand aber mehr so hier so denn hier sind so viele Löcher hier wir können uns ein schönes Strandhaus hinzimmern so sieht doch ganz gut aus das Holz so das ist Fichtenholz ne bauen wir jetzt ein schickes Haus wir machen nicht hier diesen viereckigen Klassiker warte mal wie viel habe ich das jetzt oder machen wir dort den viereckigen Klassiker hier so ein bisschen länger gezogen auf jeden Fall oh na toll oh na toll jetzt verfault mir das schöne Holz hier oder was turnt hier nicht rum turnt verboten geht weg geht weg geht weg geht weg sagt mal aber ich hab wenigstens das Texture Pack nochmal neu runtergeladen das ging ja relativ schnell weil das war alles weg alles was da irgendwie was mit Minecraft zu tun hatte war alles weg ich hab auch schon überlegt woran es liegen könnte aber aber jetzt hab ich oh warte wo bauen wir den Ausgang hm ich werfe hier ne für hier hier und da und ich hab jetzt hier gemacht mit Schiedsspielen also mit den Schieds hier mit den Befehlen halt dass wir halt die ersten Dings hier solange wir unser Haus noch bauen wenigstens in Dings machen können also wenigstens immer hell spielen dann haben wir nämlich den ganzen Tag immer hell und tja wenn es denn Nacht wird dann kann man es halt umschalten also wieder auf hell und so weiter das wäre auch glaube ich ein bisschen sinnvoll wenn wir sowas großes bauen wollen irgendwie und keinen Bock haben irgendwie nachts oder so ihr könnt ja mal sagen was ihr da von der Idee haltet also in die Kommentare schreiben halt und tja wenn es euch gefällt also für große Projekte jetzt ne also wenn wir also ne Quatsch ähm wenn wir jetzt halt die Anfangszeit vom Haus hier ein bisschen ausbauen jetzt das Haus und sowas alles denn ist das doch besser eigentlich wenn wir den ganzen Tag im hellen zocken also hier die Folge dann im hellen zocken als wenn wir jetzt im Stocktuch sein hier irgendwie was machen wo wir gar nichts hinkriegen würden so so also naja ihr könnt ja schreiben was ihr davon haltet ob es gut ist oder nicht aber naja ich werde es denn ändern und so aber das wird noch das wird noch ein bisschen sauern glaube ich schätze ich hoffe ich ne hoffe ich nicht aber also ich werde jetzt hier immer so ein bisschen mehr am Stück aufnehmen also so ne Stunde oder zwei oder drei aua und dann aua da habe ich hier kommen ja sowieso noch Fenster rein also ich werde immer so am Stück aufnehmen was eigentlich ein bisschen sinnvoller ist glaube ich als wenn man hier irgendwie weiß ich was macht nicht am Stück oder so wir hängen ihn mal da so hin was oh Gott ach besser ähm ach wir haben doch schon ein Crafting Table achso wir brauchen ach Quatsch äh ich sehe hier gar nichts hä was ist denn jetzt mit dem scheiß Crafting Table los Schippel Feldhacke brauche ich nicht Schippel brauche ich und Spitzhacke brauche ich Spitzhacke Schippel bäh böse Crafting Table dann gehe ich nämlich jetzt ein bisschen Stein hacken naja hier ist nichts naja war ja ein Versuch wert hier mal rein zu gucken weil es war ja schwarz da guck jetzt geht ja die Sonne unter langsam und dann jetzt guck mal auf die Sonne da mache ich jetzt Befehl time set set